Das muss ich auch sagen. Also wir haben heute wirklich nur Spiele, wo sie punkten können. Und dann haben wir noch ein tolles Sag-das-Wort. Dazu kommen wir später auch noch, wo sie selber überlegen können. Und natürlich unsere Geldwand, ja? Unsere Geldwand, die ordentlich bestückt ist und die wird komplett leer gemacht. 24 Türchen. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin nicht knauserig, was Geld angeht, ja? Hier bei mir in Fisso wird diese Wand leer gemacht. Da geht's wieder los. Und Sie wissen, man packt dann immer noch mal zwischendurch ein bisschen Kohle drauf. Und wir haben verschiedene Spiele. Also heute können Sie sich wieder die Taschen voll machen. Deswegen will ich gar nicht so viele labern und Ihnen erstmal ganz kurz noch den ein oder anderen Hinweis geben. Der ist natürlich wichtig. Keine Teilnahme und Gewinnausschüttung für Personen unter 18. Ein Anruf kostet Geld. 50 Cent aus dem Festnetz. Mobil ist das höher. Mitmachregeln auf 9live.de oder Teletext-Tafelseiten 315 folgende. Ein Anruf garantiert nicht sofort die Reinstellung in die Sendung. Eine Auswahl erfolgt aber immer innerhalb von 180 Minuten. Und alle Hinweise zur Teilnahme lesen und finden Sie auch in den Einblendungen. So, liebe Zuschauer, wir spielen den offenen Hot Button. Das heißt für Sie, im Hot Button-Modus wird zu einem beliebigen Zeitpunkt ein Anrufer oder SMS-Teilnehmer durch einen technischen Auswahlmechanismus zufällig ausgewählt werden. Wenn Sie in dem Moment teilnehmen, in dem der Hot Button durch den Redakteur von 9live zuschlägt, kommen Sie zur Lösung des Rätsels entweder hier zu mir ins Studio oder gegebenenfalls ins Servicecenter. Bei richtiger Antwort gibt's den ausgelobten Gewinn. Und bereits während einer Spielrunde haben einige zufällig ausgewählte Teilnehmer die Möglichkeit, sich zu registrieren und beim Zuschlag des Hot Button ausgewählt zu werden. So, damit hätten wir alles Wichtige geklärt. Sobald die Runde gestartet ist, werden Sie diesen sogenannten Hot Button dann auch sehen. Roter, heißer Knopf, passend zur Studiofarbe, wird eingeblendet sein. Und unser Versprechen, alle Türchen gehen raus. 24 Stück, also gestern in der Sendung, wie viel Gewinn hatten wir gestern? 22 oder 23? Irgendwie so, ne? Kann das sein? Richtig viel. Und über 6.000 Euro haben wir ausgespielt, liebe Zuschauer. Das ist schon viel Geld, muss man schon sagen. Und deswegen wollen wir in dem heute auch nichts nachstehen und geben gleich mal Gas. Mit einem Gitterrätsel gestern haben wir auch eins gespielt, aber das ist heute nur das Aufwärmspiel, liebe Zuschauer. Was ist das? Ich krieg ein Geschenk. Er weiß, was da drin ist. Der ist behindert. Hat der mir seinen alten Schlipper hier reingepackt. Unfassbar. Den will auch keiner sehen. Echt. Das ist ja ekelhaft. Ne, der hat eigentlich, also... Weißt du, da denkst du, da kriegst du was von Kollegen, das sind Taschentücher. Taschentücher, ja? Weil ich wahrscheinlich heulen werde, so viel Geld auszuspielen. Ist hier noch was anderes drin? Ein Ring. Oder irgendwas. Ist hier noch ein größeres Geschenk vielleicht drin? Geld. Nix, Taschentücher. Das ist ein Bekloppte. Weißt du was, mein Freund? Ja, danke Silvester. Ich schenke es dir. Ich schenke es dir lieber weg. Süßte? Ich finde der nämlich auch beknackt. So, Sie gewinnen Geld, liebe Zuschauer. Ein Geldtürchen. Na, na, na. Ein Geldtürchen und müssen ein Tier suchen. Was ist in dem Gitterritzel für Tiere? Tiere ohne A und O, liebe Zuschauer. Tiere ohne A. Da ist das... Oh, wieder in so einer Farbe. Ihr wollt mich doch nicht enttäuschen. So, Sie kriegen jetzt 60 Sekunden Bedenkzeit, liebe Zuschauer. Und dann geht's los. Die Geldwand wird leer gespielt. 60 Sekunden in 3, 2, 1, bitte schön. Kommt gleich wieder. Konzentrieren Sie sich drauf und machen Sie keinen Fehler. Tiere ohne A und O. Das ist echt unfassbar. Tiere ohne A und O ist schon noch nicht ganz ohne, ne? Ohne A und O. Ich glaube, in der Kombi habe ich es noch nicht gespielt. Kollegen sicherlich schon. Und ich habe keinen Umschlag. Das ist der Unterschied zu Jürgens Sendung gerade. Bei uns ist dann das richtig, was Sie sagen, liebe Zuschauer. Weil es gibt keinen Umschlag. Das heißt, die Tiere, die Sie da sehen, ohne A und O, von oben nach unten, von links nach rechts, wenn sie denn richtig geschrieben drinstehen, dann gibt es auch sofort schon ein Türchen. Und wir haben Gewinne von, Sie wissen das ja, 50 Euro bis 500. Also ist alles dabei. Aber gestern war das ja auch mehr als bunt gemischt. Und ich glaube, keiner hatte das Gefühl, unten zufrieden sein zu müssen. So, dafür werden wir schnell spielen und viele Gewinner machen. Ist doch auch was, oder? Gut, dann legen wir los. Von oben nach unten, links nach rechts. Wählen Sie sich ein in fünf, vier, drei, zwei, eins. Und los geht's. Runde ist gestartet. Ab jetzt können Sie mitspielen. 0, 1, 3, 7, 9. Dreimal die vier, dreimal die neun. Und da ist der erste. Hallöchen. Hallo, hier ist Carmen. Hallo Carmen. Abend. Welches Tier willst du sagen? Den Wurm. Der Wurm. Ich konnte noch gar nicht so richtig gucken. Mein Fernseher steht aber heute auch hier am anderen Ende des Studios. Der Wurm ist richtig... Wir sind ja auch erkältet. Was? Wir sind ja auch sehr erkältet. Ich? Ja, das hört man an der Stimme. Werde ich schon wieder krank? Ich höre das gar nicht. Heiser bin ich noch mehr. Ja, heiser. Ohne Scheiß. Ich höre das selber gar nicht. Oh Gott, ich war erst krank. Das ist schon ein Mistbehalt. Und ich tue einfach so, als hätte ich nichts. Dann ist es hoffentlich morgen weg. Ja, von was. Von 1 bis 24. Welche Typen? Oh, tatsächlich. Ja, ich stimme. Gerne die 5. Die 5, na klar. Die soll es geben. Da gucken wir mal. Anders lang. 60 Euro, schade ich. Ja, super. Aber wissen Sie was? Ich packe noch 99 Gratisanrufe obendrauf, ja? Oh, danke schön. Danke auch. Am Telefon bleiben. Viel Spaß damit, okay? Gute Fässerung. Ja, danke schön. Oh Gott, bis eben war ich noch nicht krank. Aber jetzt stimmt. Die Stimme ist echt ein bisschen angeschlagen. Der Wurm, liebe Zuschauer. Haben Sie noch was anderes? In 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Von oben nach unten, von links nach rechts. Tiere ohne A und O.